So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu den Algorithmen für Graphen. Und ja, dieses Mal gucken wir uns den Dijkstra-Algorithmus an, der für manche schon, glaube ich, ein Problem auszusprechen ist. Für mich übrigens auch. Also, falls ich ihn falsch ausgesprochen habe, tut es mir furchtbar leid. Ich sage es nochmal, Dijkstra. Boom. So, da habt ihr es. Okay, gut. Wir wollen anfangen und zwar ist das ein Algorithmus für gewichtete Graphen, der uns den kürzesten Weg findet. Und dieses Video lang wollen wir uns das Ganze anschaulich ansehen. Nächstes Video gibt es dann den Code. Das heißt, dieses Video geht es darum, zu verstehen, was genau tut eigentlich der Algorithmus und ihn einfach mal von Hand sozusagen auszuführen. Nächstes Mal gehen wir dann an den Code. Also, nicht wundern, wenn es dieses Mal noch nicht alles gibt. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich habe hier uns mal einen Graphen aufgebaut. Das ist das modifizierte Haus des Nikolaus mit zwei Haushälften und einer Garage in der Mitte, wenn ihr so wollt. Und ja, wir wollen hier selbstverständlich ganz normal anfangen. Ich habe hier extra mal die Knoten mit Buchstaben benannt. Also, A bis H bzw. bis J, sorry. Und genau, ich habe hier den ganzen Knoten auch einen Wert gegeben. Das ist das Gewicht des Knotens. Das heißt, es kostet mich, wenn ich von A nach B gehe, zwei, was auch immer, zwei Stunden, zwei Tage, zwei Sekunden, wie ihr das auch interpretieren wollt. Es kostet mich einfach zwei. Von B nach C kostet es mich fünf, aber von A nach C kostet es mich vier. Das heißt, von A nach C zu gehen, wäre deutlich billiger als von A nach B nach C, auch wenn das möglich ist. Es ist auch möglich, von C nach B zu gehen, weil wir hier einen ungerichteten Graphen haben. Das heißt, wir können prinzipiell in beide Richtungen gehen. Okay? So, grundsätzlich geht das Ganze für gerichtete Graphen auch. Das funktioniert, das ist kein Thema. Und grundsätzlich geht das Ganze auch für fast alle Gewichte. Aber eine große Einschränkung, der Dijkstra-Algorithmus funktioniert nicht bei negativen Gewichten. Das ist unfassbar wichtig, dass ihr das euch merkt. Keine negativen Gewichte. Wenn auch nur eine negative Zahl auf euren Gewichten draufsteht, müsst ihr Bellman fortmachen. Das machen wir dann in der Zukunft mal. Nicht in diesen zwei Videos jetzt, sondern jetzt wollen wir Dijkstra machen. In den meisten Fällen ist es ja auch irgendwie positiv. Ich meine, überlegt euch mal, wenn ihr mit der Bahn fahrt, das kostet euch Zeit, das kostet Sprit, wenn ihr mit dem Auto fahrt zum Beispiel. Solche Dinge sind natürlich immer größer als eins. Ihr werdet niemals irgendwie Sprit in euer Auto reingefüllt bekommen, weil ihr von A nach B fahrt. Okay? Gut. Also Dijkstra ist ein sehr guter Algorithmus und ja, wir wollen uns den mal ganz kurz hier angucken. So, wir fangen bei Knoten A an und wollen uns mal angucken, welches ist eigentlich der kürzeste Weg zu den anderen Knoten und wie viel kostet der mich? Gut. Wir fangen also bei Knoten A an und markieren die beiden Knoten, die wir von A erreichen, mit die gucken wir uns jetzt dann demnächst mal an. Also quasi da waren wir schon mal, aber wir haben sie noch nicht fertig gemacht. Fertig sind orangen Knoten. Schon mal angefangen sind die grünen Knoten oder dieses komische Senfgrün, was auch immer das sein soll. Und in den Knoten schreibe ich jetzt jeweils die Kosten rein bis zu diesem Punkt. Und das sind immer nur die aktuell vermuteten Kosten, denn der Dijkstra-Algorithmus ist ein Greedy-Algorithmus. Das heißt, er versucht immer so das Beste pro Mal rauszuholen, aber keine Sorge, er wird am Ende euch ein vollständiges Ergebnis liefern. Okay, da es ein Greedy-Algorithmus ist, so kann man sich das wunderbar merken. Er ist gierig, das heißt, er nimmt sich einfach das nächstbeste Objekt, also sprich hier die 2. Und macht bei der 2 weiter. Er versucht dann also hier den nächstbesten Pfad zu allem anderen zu finden, auch wenn es eigentlich gar nicht der Beste ist. Offensichtlich sehen wir ja hier, 2 plus 9 ist mehr als 4 plus 1. Aber wir gehen trotzdem von der 2 los und markieren alle anderen Knoten. Und zwar die, die wir noch nicht uns angeguckt haben. Für den 4er-Knoten hier oben, also für diesen Knoten, den haben wir uns ja schon angeguckt, machen wir das Ganze aber trotzdem nochmal. Nur, dass 2 plus 5 offensichtlich mehr als 4 ist, das heißt, wir vergleichen, ist denn eigentlich 7, also 2 plus 5, ist das denn größer oder kleiner als 4? Und wenn es kleiner ist als 4, dann updaten wir den Wert. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wenn es einen schnelleren Weg gibt, dann updaten wir einfach den Wert, der aktuell vermerkt wurde. Gibt es in dem Fall nicht, das heißt, das verwerfen wir und gucken uns als nächstes den nächstbesten Knoten an. Naja, der nächstbeste Knoten, den wir noch nicht uns angeguckt haben, also 0 und 2 haben wir ja. Naja, wir haben zur Auswahl 6, 4 und 11. Das heißt, 4 ist natürlich der nächstbeste Knoten. Also nehmen wir diesen 4er-Knoten und gehen von dort weiter. Das heißt aber, der Knoten ist danach für uns fix und die fixen, orangenen Knoten, die verändern wir nicht mehr. Die bleiben für immer so fest. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie hergehen und kann wieder von meinem 11 zurück auf meine 2 oder sowas. Nein, das geht einfach gar nicht mehr. Die orangenen Knoten sind fest. So, dann markieren wir also hier den 6er-Knoten und den 11er-Knoten. Also die beiden Knoten hier, die wir von 4 erreichen und die noch nicht markiert sind. Und für die Knoten, die schon markiert sind, also sprich der hier unten, den gucken wir uns mal genauer an, ob wir nicht vielleicht einen besseren Weg gefunden haben. Ist denn 5 eigentlich kleiner als 11? Weil 5 ist der Weg, den wir hier über die 4 erreichen. Also dieser Weg hier kostet uns 5, dieser Weg hier kostet uns 11. Offensichtlich ist 5 kleiner als 11, also updaten wir den Wert mit 5 und nehmen den Knoten dann sogar als nächsten Knoten, denn 5 ist der nächst kleinere Wert. Wir haben 5 zur Auswahl gehabt, 6, 6 und 11 und 5 ist offensichtlich der bessere von den ganzen Knoten. Das heißt, wir machen bei dem weiter. So, hier müssen wir jetzt tatsächlich diese Kante nicht mehr betrachten, weil der Knoten hier ist orange. Das heißt, der ist schon fertig betrachtet, der ist durch. Dieser Knoten hier, der ist auch durch, weil auch orange. Das heißt, wir haben nur noch diesen Knoten hier, den wir betrachten müssen. Sprich, wir müssen vergleichen, ist denn 7? Also 5 plus 2 ist 7. Ist denn 7 eigentlich größer als 6? Und ja, offensichtlich ist 7 nicht größer als 6, bzw. ist 7 größer als 6 und dementsprechend updaten wir den Wert hier nicht. Und ja, wir gucken uns den Wert hier als nächstes an. Der hat nur Kanten zu Knoten, die wir schon mal angeguckt haben. Das heißt, da machen wir gar nichts mehr. So, nächster Knoten. Naja, wir haben 6 und 11 zur Auswahl. Die anderen dürfen wir noch nicht, weil wir sie noch nicht angefasst haben. Und das bedeutet, wir gucken uns den 6er Knoten an und markieren alle anderen Knoten, so wie sie eben aktuell berechnet wurden. Weiter geht's. Wir überprüfen also auch diesen Knoten hier unten, weil, ja, wir könnten ihn ja auch auf eine andere Art erreichen. Und ihr habt es schon gesehen, ich habe schon den Wert geupdatet. Der ist jetzt plötzlich auf 9 gesunken, weil 9 eben kleiner als 11 ist. Okay, der nächste Schritt ist also, wir nehmen die nächsten kleinen Knoten. Jetzt wird es langsam repetitiv. Ich weiß, aber ein bisschen Übung brauchen wir noch. Ihr könnt das auch gerne mal selber fertig machen. Wir nehmen uns den 7er Knoten und updaten hier diesen weiteren Knoten auf der rechten Seite auf 9, da eben 9 kleiner ist als 12. Wir gehen weiter und nehmen uns einen 9er Knoten und zwar zum Beispiel diesen hier unten. Und dort gucken wir dann, okay, ist denn 14, also dieser Wert hier, 9 plus 5 ist 14, ist denn 14 kleiner als 14? Ja, nee, 14 ist gleich 14, also bleibt das so. Und dann gucken wir uns hier mal von hier oben an, 9, also wir nehmen den 9er Knoten da oben und gucken, ob wir diesen Wert hier updaten müssen, weil die anderen sind ja schon orange. Nein, 15 ist größer als 14, das heißt, dieser Knoten bleibt. Und zu guter Letzt betatschen wir noch einmal den Knoten und merken, wir sind fertig. Ja, das ist der Dijkstra-Algorithmus. Jetzt haben wir hier in orange, also in den orangenen Knoten drin stehen, wie viel eigentlich die Kosten betragen. Das heißt, wie teuer ist es von meinem Startknoten zu diesem Knoten hier zu kommen? Das kostet mich 14. Und wir müssen irgendwie anders uns noch speichern, wie wir da eigentlich durchlaufen. Das müssen wir separat verwalten sozusagen und das machen wir dann im nächsten Video. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel 0 auf 4 auf 2 und dann auf den Knoten hier. Das ist der kürzeste Weg, auch wenn diese Kante hier unfassbare 8, was auch immer, Stunden oder sowas kostet. Das ist trotzdem mein effizientester Algorithmus, beziehungsweise mein effizientester und damit kürzester Pfad in diesem gewichteten Graphen. Ja, aber wir müssen uns natürlich noch diese Wege irgendwie speichern und dementsprechend müssen wir uns das noch ein bisschen im Code angucken. Das war jetzt nur mal illustriert, was da eigentlich genau passiert. Okay, dann hoffe ich, es hat euch gefallen soweit und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.